Und er liegt auf der Seite. Ich hatte einen Überlag und bin irgendwie gegen einen... Ja, ja, ich komm. Ich bin auf der Seite, voll komisch. Ja, ja, ich komme. Eigentlich sollte ich jetzt schon bei Felix sein, in der Nähe. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt 70 Schuss für den Magnum und eine Magnum. Falls du wieder einen Magnum haben willst. Weißt du, weil so schnell kriegst du eine FNX, glaube ich, nicht wieder. Außer wir gehen natürlich wieder zu dem Heli-Crash-Point. Ja, habt ihr vor, jetzt noch Ewigkeiten zu looten oder so? Beziehungsweise noch zu spielen, weil sonst würde ich mal zu dem Crash-Site fahren und mal ein bisschen restarten. Ja, dann lass uns wenigstens zu den Cargo-Trucks fahren. Damit wir dann immer Trucks haben. Ach, die unterscheiden sich wohl. Ja, ja. Wir müssen noch gucken, die Item-Enser, die Symbol haben sich geändert. Trucks spawnen vor Cargo-Trucks spawnen und Trucks spawnen vor normalen Trucks spawnen. Okay. Ich bin ungefähr hier oder so. Oh, warte, hier ist Wald. Da bin ich schon. Auf der Hauptstraße. Das mag ich. Was? Vielleicht so bist du eigentlich unmittelbar vorne hier. Ich war jetzt immer auf der Hauptstraße lang. Ja. Wo bist du, Karte? Ich? Nee. Chris? Radnö. 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 Ist das vor Servo? Links. Vor Servo. Ja, fahr die Hauptstraße lang, dann müssen wir es sehen. Epischer Leck, man. Ich glaube, mal ganz korrekt, Raben oder so. Ja. Na ja, geht easy jetzt. Einfach von der Seite. Raben oder? Ja. Ja. Ich bin noch da. Ja. Ich bin noch da. Kannst du mehr mal gegenlaufen? Bin hier noch Radnö drin? Der ist gefunden. Paus Radnö raus. Ähm, schwierig, dich zu erklären. Von da, wo ich gekommen bin oder? Linke oder rechte Straßenseite? Ähm, links. Aber erst nach Servo. Also kannst du noch ein bisschen fallen. Okay. Ich muss euch mal das Video angucken, das ist so böse. Was macht mich? Ja. Da muss ich nachher doch chili con carne essen. Muss ich nachher doch chili con carne essen. ich bin schon wieder an straßen ich bin heute früh um 4 45 mit dem bus gefahren war schon um zwölf uhr zu hause da steht für den severo grad bin jetzt hier wäre hochrad ja ich sehen hinter dem waffenhausen blauer ich habe noch 100 passt bei mir ich bin dann aus der beru gerade raus Ja klar Ja ich brauche ja, ich will ja auch einen Cargo Truck haben Und dann fahre ich an der Küste raus, wenn ihr keinen Bock habt Auf die Küste Auf die Küste raus Ja man Ja Hier wieder auf Factory oder so Oh diese scheiß Straße alter Ich hab den Grauen immer noch Die andere Seite wäre praktisch Was machst du denn? Na ja, kommen wir halt von der anderen Seite an Bist du ein Anlauf? Nein, du sollst dich von der anderen Seite ran Du musst dich wohl ganz anstupsen Das ist die falsche Seite immer noch Anlauf Du brauchst keinen Anlauf Du brauchst keinen Anlauf, das geht aus wie easy Einmal kurz anstupsen Guck Ach das ist sich gedreht Ah das ist halt scheiße, weil der Berg ist hier Ja Probier mal von hinten, damit ich wieder anders stehe Also auf hinten Okay, brauchst vielleicht doch ein bisschen mehr Anlauf als einen Meter Aber brauchst keine 500 Meter Laufbahn Da ist doch Ich hab schon aufgemacht Du belastest den Profi Ich hab den Oh, 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 oh Anlaufkur Und? There you go bitch There you fucking go Bitch, führ mich zu dem Scheiß da Eigentlich sollte der hier fahren und sagen Ist dann leider in der gleichen Richtung oder nicht? Er hat was geschrieben Ich hab... Ich bin nur aus der Gegend gelaufen Ja, klar, schon Da ist er noch nicht Er ist garantiert in die falsche Richtung Da kann ich eigentlich hier warten Ja Chill dich hinten drauf Felix Ja, du musst vorfahren Ich fahle jetzt vielleicht zum Hospital runter Humor Spital Oh man, ich will jetzt Drive-By machen Wie in GTA Nein, am 14. April Wann kommt das jetzt eigentlich nur? Ja, das wird auf dem Schub Was war... Ja, war das nicht irgendwann irgendwann März? Nein, ich kenne deinen Weg Auch das war ganz oben Vielleicht Oh mein Gott, äh... Hätten wir hier nicht rein gemusst? Ja Ja Du brauchst auf einmal so langsam Ich bin ja wirklich stark gesehen Ah, fuck Wie wärst du, wenn du da vorher mal was hast? Ja, oh, fuck man Oha Nein Oha Das ist echt die Scheiße, meine Ich meine das noch Wow! Are you fucking kidding me? Was? Alter, ey, ich bin so pervers durch die Gegend geflogen, Mann Ja, ist er aber... Nee, du... Nee, du... Äh, ich bin... Du fährst von mir hier... Achso... Oh, das muss ich speichern Das... 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 Das Replay muss ich speichern, Alter Ja, machen die doch auch noch mal nicht zu viel drauflegen Ja, die waren ja... Wir waren ja... Wir haben so zu viel draufgelegt Wir haben nicht mehr geblieben Wir haben nicht mehr geblieben Also... Ich stand oben aufs Berg Ich komme runter auf die Ich schieße auf den Erf Immer drehen sich alle zu mir rüber Ich denke, ich kann sie einfach machen Weil wir nicht umgekehrt wollen Wir haben ja nicht mehr geblieben Oder... Ja, nee Der Bergstand ist... Du brauchst ja weiter weg Wenn die dann... Was? Bist du dann? Sag doch, dass du nicht mehr hinter mir bist, Mann